Hallo, mein Name ist Alexander Auch ich selbst habe bei Silber angerufen Ehre Romatra hat einfach geklopft, es ist einfach jedes mal ein Highlight Ich liebe es, ich liebe es immer das gleiche geklopfen Warte kurz, ich muss kurz trinken So, ich leg dir noch drei Enterhaken rein Jaaa Ja herein, Alter, jetzt nicht Romatra Also... Jaja, ich weiß was du meinst, da hab ich ja, ich hab ja vorher den... Hallo! Euch beiden machen und ich nehm Stimme Romatra Power bekommt für Rosa Dornenhandschuhe What? Das ist überlich Hm? Ja herein Ja Ja Papa herein Okay, jetzt passt Bro, wie lebst du? Das kauf ich Hahaha Nein Ja herein Nee, nee, absolut nicht, Alter Ah, was? Wissen? Was denn? Aber Leute, mit dem Schreiben könnt ihr kostenlos reinzappen Ich hol die Kleine auf Haben wir irgendwie, ne? Wieland! Ja! Ah, was ist das? Ey, Antonio, bitte! Hallo! Wieland! Ja, oh! Hahahaha, habt ihr das gehört? Wie geil, Alter! Ne gute Idee Entschuldigung Boah, doch, Doppelhunter, guck mal wie die da reinballern Ja, aber... Es gewinnt Ja Ja, was? Ein Service Alert Da ist ne Lithium-Batterie drin Professionelles Unboxing, so sieht's aus Egal Oh Monka, es die scheiß Adresse Ihr Wic... Fuck, wieso bin ich so dumm? One little time, Maxi One little time, Maxi Doppelhunter